So, Entwilzen Hunker Girl Da bin ich so funny Hat er grad Elefanten gesagt? Nee, Entwilz Oh nee, was denkst du? Oh, warte mal, siehst du, was ich gesehen hab grad? Wenn du da mit zwei riesen Glocken meinst, dann ja! Die Japaner schaffen's, dass das eben ein Zentrum vom Bild ist und trotzdem alle Arme da drauf haben Ah, guck da! Oh man, wie geil! Das wird ja so ein blöder Kampf Er wird ja noch ein Knochen. Ah, guck da! Ah, guck da! Oh nee, ich bin da, zuhne, 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 zuhne! Oh nee, ich bin da. Oh nee, ich bin da. Oh nee, ich bin da. Dann schieße ich die mit meinem Rosengewehr. Jetzt stopft, oder? Oh, das war saugut. Dieses Spiel ist ja kein Problem, oder? Das ist ja auch ein 6-Tipp. Was ist das? Alter, weißt du was die ist? Die ist das Klischee der Robo-Waifu. JAAA! Ja, wunderbar. Ich weiß aber was sehen jetzt hier, wenn ich mich unterbreiten. Ah! Die hören auf jeden Fall, ha? Die ist du? Wut? Elfa, Elfa. Wut? Hauptsache, du schießt so einen blöden, äh, blödes Pfeilscheiß. Aber, äh, die Runde geht eindeutig an die Kanone. AAAAAAAA! Hahahaha! Hey, ohne Schraub, Alter. Die haben es ja nicht geschafft, das ist ein blödes Pfeilscheiß. Das ist ein blödes Pfeilscheiß. Und das ist jetzt noch ein blödes Pfeilscheiß. Hahahaha! Ja, das ist auch so ein blödes Pfeilscheiß. Das ist schon ein blödes Pfeilscheiß. Und das ist auch so ein blödes Pfeilscheiß. Da stehen hat, finde ich Zufall, dass das hier so ein Zirkus-Destroyer auf einmal hat.